Hallo, mein Name ist Ilja Fevreleff vom Forza Rahenbrock und ich stelle Ihnen heute den neuen Ford Transit Custom Plug-in Hybrid vor. Bei dem Ford Transit Custom handelt es sich um ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug mit einer rein elektrischen Reichweite von circa 55 Kilometern. Insgesamt schafft das Fahrzeug eine Reichweite von circa 500 Kilometern. Damit sind Sie perfekt gewappnet für zukünftige rein elektrische Fahrbereiche in Ihrer Stadt. Den Transit Custom können Sie ganz einfach hier an der Stoßstange laden. Das Ganze dauert an der Haushaltssteckdose ungefähr vier Stunden und an der öffentlichen Ladestation circa zwei Stunden 45 Minuten. Der Transit Custom verfügt über einen besonders flexiblen Stauraum, den Sie erreichen können über eine sehr breite seitliche Tür und wie Sie sehen, haben Sie auch einen extrem niedrigen Ladeboden. Darüber hinaus erwarten Sie viele attraktive neue Technologien, unter anderem das Ford SYNC 3 System mit großem Touchscreen, ein Totwinkelwarner, Spurhalterassistent und vieles mehr. Mit dem Facelift drückt der Transit näher an die PKW-Modelle heran. Das erreicht er dadurch, dass die komplette Frontschütze einmal überarbeitet ist mit neuem Kühlergrill und unter anderem auch neuen Scheinwerfern. Der neue Transit ist um insgesamt 80 Kilo leichter geworden. Dies wurde erreicht durch eine neue Trennwand aus leichtem Verbundmaterial, leichteren Rädern, einer leichteren Hinterachse und auch einem leichteren Tank. Übrigens, das ist der erste Van, der im Euro NCRP Crash Test fünf Sterne erhalten hat. . . . Untertitelung des ZDF, 2020